Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part des 4000 Abonnenten Specials und ja ich weiß nicht, ich hätte dieses Video irgendwie etwas früher hochladen können, da das Feedcast Special schon heute stattfindet und zwar wie ich schon im Titel gelesen habe, werde ich einen Livestream machen, der heute Abend um 18 Uhr beginnt, ich werde Minecraft streamen, irgendwann aber auch ganz später nochmal Counter Strike oder wie auch immer was ihr im Stream wollt, vielleicht machen wir auch ein Texture Pack zusammen. Auf jeden Fall könnt ihr heute Abend mal auschecken, Counter dazu ist auch nochmal in der Videobeschreibung, damit ihr genau wisst, wann der Livestream anfängt und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend, bis dann, ciao da rein. Oh, eine Sache habe ich noch vergessen und zwar werde ich noch Ränge verlosen auf meinen Kids, z.B. generell eine Verlosung machen, vielleicht auch irgendwelche Kids oder was auch immer, weil ich habe auf meinem Twitch-Channel 500 Follower erreicht, da habe ich gesagt, ja 500 Follower mache ich ein Giveaway und außerdem wollte ich auch zum 4K Special ein Giveaway machen und das Ganze wird auch noch in dem Livestream. Stadt fit, dann würde ich sagen, gut, sehen wir uns nachher, ne? Tschüss!